So, und ich... Was mich mal interessieren würde, mein rechter Flügel ist ja so ramponiert... Oh! Oh! Was ist das denn hier? Ich wusste, dass mein Schiff beschädigt ist, aber dass so wenig dran ist... Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, damit gewinne ich auch keinen Blumentopf mehr. Oh! Ja, Leute, ähm, das ist Pre-Alpha. Du musst aber sehr wenig dran an deinem Schiff. Hui! Das ist ja richtig toll hier. Ich setze mich gleich auf irgendeinen Gegner und... Weißt du, was ich? Pups ihn zu Tode. Sehr geil. Wo ist mein Typ denn? Ach da, da fliegt er rum. Die Steuerung ist... Ja, das sieht einfach zu lustig aus. Aber ich kann meinen Kopf noch bewegen. Hahaha. Ja. Ich kann auch die Kamera nicht mehr ändern. Ah, doch jetzt. Oh, jetzt bin ich wieder im Cockpit. Sehr schön. Und jetzt auch nicht mehr. Jetzt ist schon wieder alles weg. Jetzt ist nur noch die Waffe... Äh, das ist ja jetzt... Hast du das gesehen, Rixis? Was bei mir alles abgeht? Und schon wieder das Schiff weg, während ich am Fliegen bin. Ich sehe noch die Hand und die Panifritus und ein paar, ein bisschen Kanone. Ah, jetzt schon wieder da. Das ist, äh... Kanone reicht doch, mehr braucht man nicht. Schießen, abschießen. Aber das ist... Dafür sieht man jetzt sehr schön in der Animation, wie die sich bewegt beim Schießen. Hahaha. Ich glaube, ich mach mal einfach mal... Ich bin ja bis jetzt noch nicht geschormt, den, äh... Shams-Heat. Hui. Tui. Bis zum nächsten Mal.